Die letzten zwei Wochen sind wir durch die wunderschönsten Ecken von Südafrika gereist. Das ist so cool. Wilde Tiere zu beobachten, ganz besonders für mich. Man weiß nie, was an der nächsten Ecke kommt, welches Tier man wieder sieht. Die Natur hier ist einfach gigantisch. Egal an welchen Flecken wir hier kommen, das ist ein Weiß, das ist unfassbar. Das ist auf alle Fälle einer der spektakulärsten Sachen, die ich bisher gemacht habe. Absolut besonders war für mich die freundliche Herzlichkeit der Menschen. Ich glaube, momentan könnte es uns kaum besser gehen. Wenn mir jemand erzählt, er hat die ganze Welt gesehen, aber war nicht hier, dann hat er es leider doch nicht ganz gesehen. Also ich fühle mich gerade frei. Wenn es dann auf alle Fälle gibt, dann interessier's gehen. Und dann weiß ich es ja noch. Ich hoffe, ich mache mich gerade recht. Untertitelung des ZDF, 2020